Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Spürt auf die Mutter, dass ihr nie erwachsen werdet! Niemand! Und so begann die Legende von Peter, dem Jungen, der nicht erwachsen wurde. Lust zu fliegen? Wir können fliegen? Richtig fliegen? Fliegen! Sagt Mama, ich bleibe noch für eine Weile hier und ich habe sie lieb und sie fehlt mir total. Habt acht Kinder. Ihr könnt das Kind in euch aufgeben. Ihr bemerkt das nicht einmal. Hier landen die verlorenen Jungs, wenn sie richtig verloren sind. Alle Kinder werden erwachsen. Aber manche, die Wilden. Die mit dem Läuchten in den Augen. Die entkommen. Die mit dem Läuchten in den Augen. Die mit dem Läuchten in den Augen. Musik